Hallo zusammen, Einblick vom Eichbergturm oberhalb von Emmendingen, da wir im Blick Richtung Südschwarzwald Freiburg bei sehr windigem Wetter. Dann geht's rüber, Kandel, da hinten der Blick in den Schwarzwald Rhein, rundherum Blick Richtung Norden jetzt, dann kommt da die Ortenau, im Hintergrund die Vogesen und dann der Blick auf den Kaiserstuhl. Leider fängt es gerade an zu regnen, aber egal, wenn man wenigstens einen schönen Ausblick vom höchsten Turm Deutschlands, man sollte es nicht glauben, hier nochmal ein Blick Richtung Freiburg, zurück auf den Kaiserstuhl.